Aufgabe 7b Musikschule Stadt Frankfurt, guten Tag. Wir können Ihren Anruf leider nicht persönlich entgegennehmen, aber Sie können uns gern eine Nachricht nach dem Signalton hinterlassen. Hier ist Mara Dobert, die Mutter von Florian und Lena. Meine Kinder können diese Woche nicht zur Musikstunde kommen. Meine Tochter Lena ist krank. Sie kann auch nicht in die Schule gehen. Und mein Sohn Florian kann morgen, also am Mittwoch, auch nicht zur Trompetenstunde kommen. Er ist den ganzen Tag in der Schule. Die Klasse macht ein Projekt bis 18 Uhr. Tut mir leid. Können Sie bitte die Lehrer Pranger und Kulowitz informieren? Danke.